Die alten Call of Duty Vibes wieder rausholen, genau das tun wir aktuell. Black Ops 4 ist irgendwie, es ist einfach das Feeling wieder da, was wir alle schon seit Jahren nicht mehr haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, mach doch einfach mal eine Challenge in Black Ops 4, die du noch nie gemacht hast. Und die du auch noch nie irgendwo gesehen hast. Und mittlerweile gibt es einen englischsprachigen Content Creator aus Kanada, der heißt Ablicity. Ziemlich geiler Spieler, also richtig guter Spieler. Der hat sich an die Challenge rangemacht, aber hat sie meiner Meinung nach noch nicht completed. Und deswegen versuchen wir, das schneller zu machen. Mit jedem Spezialisten in Black Ops 4 machen wir eine Nuke. Es ist völlig egal, welche Waffe wir nehmen. Heute seht ihr ein Gameplay. Ich werde auch Gameplays hochladen, wo ich dran gescheitert bin. Wenn es knapp war, wenn es irgendwie lustig war. Ich werde versuchen, diese Challenge live im Stream mit euch durchzuziehen. Und dieses Mal seht ihr das Live-Gameplay mit der VMP dazu. Die VMP habe ich noch nie wirklich gespielt. Deswegen ist sie auch nicht auf Dark Matter. Mir fehlen noch Headshots. Deswegen dachte ich, komm. Erster Versuch, erste Runde. Ajax, der allererste Spezialist von 14, mit dem wir es machen müssen. Und der VMP dazu. Ich hoffe, ihr genießt das Gameplay. Lasst gerne ein Like da, Leute. Echt geile Sachen, die jetzt kommen. Habt viel Spaß. Ja, ärgerlich, Sherrygen. Alles fit bei mir. Ich habe meine Settings einfach ein bisschen hochgestellt seit der letzten Zeit. 0,75 war lange Zeit das Beste, aber du hast damit einfach im Nahkampf kaum eine Chance. Ach, sichert die Ziele. Stellung gesichert. Wir haben den Vorteil. Stellung umkämpft. Feinde am Boden. Wir sind später. Ah, noch eine VMP. Yes. Mit einem LV-Visier. Der Arme. Oben ist einer drin, bei denen. So, also wir haben wieder eine volle Lobby mit VMPs. Macht mich glücklich. Bereit für den Wurf einer Neu-Tal. Ach, oben im Haus, Braun. Mit Hermann. Ekelhaft, doch. Das ist doch schon so ein Bild, dass wir an der Zeit sind. Jetzt wer es kommt, mal zuerst. Stellung identifiziert. Da hinten ist auch einer bei denen mit Hermann. Der Meint hat die Stellung. Wo hinten? Ich werfe meine Flash in die Stellung. Stellung gesichert. Draht platziert. Oh, boah, ja gar nicht. So, da ist der Spawn. Spawn bei mir. So, schönios. Spawn getiert. Spawn immer noch bei mir. Konter Drohne bereit. Oh, Mitte. Das ist... So, Geschütz erstmal hierhin. Und kurz einmal ziehen. Moin, Vakuum mein Bester. Abgeschossen. Ist auch geil. Das Geschütz steht bei uns im Spawn. Und er spawnt im Geschütz im Prinzip. Bei mir ist Verbindung unterbrochen. Oh, du, er da herliegen. Ja, er läuft einfach weg. Nein. Hast du ihn? Komm doch her. Ich habe Verbindung unterbrochen. Immer noch. Oh, meine Güte. Ich bin gestorben. Vielen Dank, COD. Alter, hast du mir wieder die nuclear versaut. Exaktivision. Bereit zum Vorstoß. Ballistik-Shield stürmt vor. So, wie es gerade laufen ist, hätte ich jetzt echt den Nuke machen können. Hallo, hallo. Ah, ich brauche den jetzt hier mit. Der ist mutig gewesen. Oben drin Titan. Doppelvollmantel. So, das stellen wir mal schön hier hin. Ach komm. Was war das denn? Stellung locker eingesetzt. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Oh, habe ich ein Glück. So, erster Versuch. Ajax Nuke oder was? Jetzt snipe einer. Zero vernichtet. Ah nein, wollte ich nicht aktivieren. So. Also Jungs, Herausforderung. Mit jedem Spezialisten einen Lupe erschaffen. Ich habe noch keinen gesehen, der das gemacht hat. Oben ist einer. Das ist daran, weil sich das keiner antun wird. Rage ist ein Sniper. Stellung lokalisiert. So, das stellen wir mal hier hin. Das hat mich gerade so arm gelacht. Das hat mich gerade so arm gelacht. Das hat mich gerade so arm gesichert. Gut, das macht auch ein Klammer bothered. Let's go. 20. 20. Jetzt ist der Drogen, Alter. Gut, gänstig. Oh, wichtig. 22 23 24 25 26 Suchermine Meiner 27 Imagine erster Versuch Jungs Oben ist einer 28 29 29 Ohne Und spawnen alle Die Zeit ist fast vorbei Ich geh in die Stellung Oh Einer ist hier am Schocken Oder Kamin Ich hab sie Ja man Nice Nice Jetzt müsste ich noch eine machen Alter Ich bleib in der Stellung Oh sorry Den wollte ich auch nicht einsetzen Jetzt muss ich noch eine machen 30 Sekunden Ja die Form P ist halt gar nicht op Ja man Geh in der Mitte Und links Bestätiges Meiner Mann Keine Keine Sieg wieder für der Follow Gute Nacht Wieso darf ich keine Nuklearmacht Wieso darf ich keine Nuklearmacht Damit können wir Ajax schonmal rausnehmen Ich hab die ersten Schock Ja Nice Keizig NMS Julien Martin Dirndl Viel viel dafür auch alles Jungs